Musik Herzlich Willkommen zu Planei TV. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn es um touristische Informationen rund um die Planei, die Hochwurzeln und den Dachstein geht. Es ist schon ein eindrucksvolles Naturschauspiel, wenn beim Sonnenuntergang der Dachstein in ein rotes Licht getaucht wird. Zu den seltenen Ausnahmen, wo dieses Erlebnis für alle Gäste möglich ist, zählen die Sonnenuntergangsfahrten der Dachsteinseilbahn. Wir waren für Sie vor Ort. Die Sonnenuntergangsfahrten gibt es von September bis Oktober am Dachsteingletscher. An diesen Abenden ist es für jedermann möglich, dieses Naturschauspiel zu erleben und den Tag am höchsten Berg der Steiermark angenehm ausklingen zu lassen. Als besonderes Highlight werden die Gäste im Panorama-Restaurant musikalisch und kulinarisch verwöhnt. Frau Bacherneck, was erwartet denn unsere Gäste hier im Gletscher-Restaurant bei den Sonnenuntergangsfahrten? In erster Linie natürlich wunderbare Stimmung. Es ist herrlich, wenn die Sonne hier oben hinter dem Hochkönig untergeht. Dieses Farbenspiel ist einfach toll. Bei uns Herrinnen im Restaurant erwartet sie Fondue mit verschiedenen Fleischsorten. Dann haben wir Folienkartoffeln dazu, frisches Baguette, herrliche Salate. Und natürlich aus unserer Gegend Schlattminger Bier und regionale Weine, vor allem aus der Steiermark, wo wir ja sehr gute Weine haben und wir uns freuen, wenn die Gäste die auch konsumieren. Gäste, die schon tagsüber am Dachstein unterwegs sind, können so auch ganz einfach ihren Dachsteintag verlängern und vollends auskosten. Natürlich kann auch der Dachstein-Eispalast am Abend noch besichtigt werden. Es war heute natürlich ein Traumerlebnis, erstens bedingt durch das herrliche Wetter. Aber ich muss sagen, die Gastronomie hier und das Service vom Haus, aber auch vom ganzen Rundherum, sage ich einmal, war ausgezeichnet. Und das war für mich ein besonderes Erlebnis und für meine 100 Gäste auch. Kulinarisch war fast wie Weihnachten. Nur der kleine Weihnachtsbaum hat gefällt. Kerzerl und Fondue, traumhaft. Danke. Die genauen Termine der Sonnenuntergangsfahrten finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.dachsteingletscher.at Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bei der Dachsteinkasse unter der Telefonnummer 036 87 22 042 mit der Durchwahl 800 unbedingt erforderlich. Untertitelung des ZDF, 2020